Ja, hallo in der Küche, die haben wir beim Einzug ganz neu eingerichtet und eingebaut, weil besonders Gregor und ich kochen halt gerne und wir kochen gerne mal mittags oder abends und nehmen uns dann Zeit fürs Essen und deswegen haben wir auch hier so einen schönen großen Tisch, wo man gesagt hat, es ist einfach wichtig, dass man mal zusammensitzen kann, so eine Stunde auch so off-topic Gespräche führen und ja, das war uns halt besonders wichtig. Wir haben hier auch einen Entsafter, da machen wir uns dann öfters mal Säfte. Wir haben eine reichhaltige Teeauswahl, ich persönlich bin ja so ein Teeliebhaber, bei Massim bringt er gerne Kaffee, deswegen haben wir hier auch Kaffeemaschinen und das war es eigentlich schon, vielleicht noch den Kühlschrank, weil es uns wichtig war, dass wir immer schönen Platz haben für kühle Getränke. Freitags machen wir unser Feierabendbierchen und ja, das war so unsere Küche, gehen wir mal in den nächsten Raum. Jetzt sind wir in unseren Büros, also eines von zwei Büros, wir haben drüben noch eines. Wir können mal kurz zeigen, der Martin steht ja sogar schon, wir haben hier nur Stehtische, einfach für den Rücken, wenn man so viel sitzt. War uns das ganz wichtig, dass wir hier nur Stehtische haben. Wir haben auch spezielle Stühle teilweise, wo man dann hier so ein Mix aus Stehen und Sitzen machen kann. Wenn man mal jetzt zwei Stunden steht, dann ist es einfach so ein bisschen angenehmer, so leicht so zu sitzen oder dann eben auch gute Stühle zum Normalsitzen. Der Gregor hat einen ganz besonderen Zuhause, das sind wir auch schon am überlegen, ob wir das für hier holen. Gregor, wie hieß der nochmal, den du verwendest? Von Haider. Okay, Modell, weißt du gerade? Wir machen ja keine Produktwerbung. Aber wenn wir schon hier sind, wir können uns mal anschauen, der Gregor hat hier so für den Laptop, ist das so eine Positionshilfe. Das sind unten drunter auch Ventilatoren, dass das Ganze gekühlt wird. Dann kann er sich das Ganze so positionieren, dass es zu ihm passt. Also für den Gregor, der besucht uns so einmal im Monat, haben wir einen dedizierten Platz. Und das sind unsere Plätze hier. Da Martin und ich haben das extra so positioniert, dass wir direkt miteinander kommunizieren können. Wir können auch mal den Bildschirm rüberschieben und sagen, guck da mal mit rein. Da muss man eben nicht den Platz wechseln. Wir haben auch solche Weserhalterungen, die für unsere drei Monitore, also in der Regel benutzen wir drei Monitore, sind, wo man auch den Monitor mal in Pivot-Funktionen drehen kann. Das war uns also auch besonders wichtig. Das nutzen wir auch sehr intensiv. Und gerade beim Programmieren, wenn man dann schön lang nach unten den Code zieht und überfliegen kann, besser ist es, wenn man halt nur kleine Klassen schreibt. Dann haben wir hier einen Darts, das spielen wir so circa einmal am Abend, spielen wir Darts. Wir haben ja anfangs eher mal die Wand getroffen. Inzwischen haben wir uns hier sowas gekauft, aber in der Regel treffen wir ja auch inzwischen die Dartscheibe. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Brunnen. Das war uns auch besonders wichtig, einfach wegen dem Raumklima. Da ist es einfach angenehm, wenn so ein bisschen Luftfeuchtigkeit hier drin ist. Und hier haben wir noch so eine Timetimer-Uhr, die kann ich auch nur empfehlen. Die benutzen wir für die Meetings einfach, dass die Timebox sind und nicht aus dem Ruder laufen und einfach effektiv sind. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Raum, den Multifunktionsraum. Kommt mal mit. So, jetzt sind wir in diesem Multifunktionsraum, so nenne ich ihn zumindest. Hier halten wir Schulungen ab, hier halten wir unsere kleinen Konferenzen ab. Kleinen deshalb, weil wir natürlich auch von der Größe her beschränkt sind. Aber so 15 Teilnehmer passen eigentlich ganz gut rein. Zu Schulungen, wir haben da uns sehr gute Tische gekauft und Stühle. Wir haben hier Koniboxen in den Tischen drin, wo man dann eben seine Laptops anschließen kann, auch direkt ans Laden, wenn man möchte. Und dann haben wir uns hier einen großen Beamer mit Leinwand gekauft, mit einer Soundanlage. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass man sich per Miracast, also jeder Teilnehmer kann per Miracast sich auf den Beamer draufschalten und einfach seinen Bildschirm streamen. Das heißt, wenn er den Kollegen irgendwas zeigen will, dann kann er ganz einfach das mal kurz auf die Leinwand tauen. Was wir auch gemacht haben, ist so ein bisschen auf Lärm. Also wir haben draußen zwar die Kriegsstraße, es geht aber relativ gut. Aber wenn man hier drin dann so ist, war eben so ein bisschen mit dem Schall und dann haben wir hier eben noch solche Schallabfänger hinbauen lassen. Dann haben wir auch darauf geachtet, wie in unseren Büros, dass wir hier gute Ausleuchtung haben. Die sind auch dann dediziert für die Tische, wo die Leute dran arbeiten oder dann in den Schulungen sitzen, gemacht. Und worauf wir auch geachtet haben, das war uns auch wichtig, ich hole das gerade mal oder vielleicht kannst du da noch rüberschwenken. Das sind diese Stehtische, auch hier wieder dieses Konzept mit Stehen. Das konnten wir hier leider nicht machen, weil es uns wichtig ist, dass wir die Tische zusammenfahren und an die Wand schieben können, eben wenn dann mal ein größeres Event ist. Aber diese hier sind auf jeden Fall höhenverstellbar. Ich habe jetzt gerade hier zufällig die Seite erwischt, wenn wir das Ganze runter machen oder dann eben hoch machen. Ab und zu spielen wir dienstags Skat und dann ist es eigentlich auch sehr angenehm, wenn ich dann mal sage, oh ich würde jetzt mal gerne hinstehen und können bei einem Stehen Skat spielen. Vielleicht machen wir mal noch einen Schwenk nach hinten. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, wir probieren es mal. Jawohl, geht auch sehr gut. Hier ist unser ganzer Stolz, ein Profikickertisch, mit dem wir bei der Deutschen Meisterschaft und bei der Internationalen Weltmeisterschaft, spielen kann von Leonhard. Wir machen aber keine Produktwerbung. Wir sind sehr zufrieden damit und da spielen wir eigentlich sehr regelmäßig dran. Wir haben auch hier in Karlsruhe einen Verein, das wollen wir uns auch mal anschauen inzwischen, weil wir einfach schon sehr geübt sind. Und ja, noch eine kleine Couch, wo wir dann eben auch mal gern mittags kurz hinliegen können, wenn man das möchte. Das war uns auch noch wichtig. Ja, und soviel zu unserem Multifunktionsraum. Ich hoffe, wir sehen uns mal bei einer Schulung oder bei einer Konferenz. Das war uns auch noch im Anfang. trong OK. Wir sehen uns mal mit einer dritte частьung. Vielen Dank.